So, da haben wir die Angel und da haben wir auch, ist das ein Ölkännchen? Ich weiß es nicht genau. Ein Ölkännchen. Jetzt geben wir dem scheiß Halbmann da diesen... ...der da angelt, während das ganze Königreich kaputt geht. Und seine eigene Bude auch. Oh, ich bleib mal hier und angel! Kann er gleich seinen Schniedel ins Wasser halten, vielleicht beißt da ja was an. Bei so einer kleinen Halbling-Beefy. Als die Götter für jede Kreatur der Welt eine Bleibe erschufen, versteckten sie einen dunklen Kristall in einer der Höhlen. Ja, ich weiß es noch genau, ich war nämlich dabei. Damals war ich erst 700 Jahre alt und hab es mit der Steinkönigin getrieben, die damals auch schon 300 Jahre alt war. Oroch, der Dämon des Neids und Zorns eingesperrt. In diesen war Oroch, der Dämon des Neids und Zorns, eingesperrt. Wer den Kristall berührt, dessen Körper wird zum Gefäß für den Dämon. Und Oroch ergreift von ihm Besitz. Jedoch kann man den Besessenen retten, wenn es sich bei dem Besessenen um einen Stuhl handelt und man aufsteht. Wenn man den dunklen Kristall zerstört, hingegen band man auch den Fluch der Karibik. Ja, noch gibt es Hoffnung auf die Rettung des Prinzen. Ich muss den Kristall zerstören. Ja. Alter, jetzt. Also erstmal, wenn man angelt, hat man einen, nein man angelt ja, da hat man so einen Angelhaken und da hängt man ein Würmchen dran und das schmeißt man dann ins Wasser und dann beißt man irgendwann einen Fisch an. Die Frage ist, warum hängt dieser Fisch am Angelhaken, am Faden, mit dem Schweif nach oben und dem Mund nach unten? Der müsste eigentlich genau andersrum hängen, weil er hat den Wurm ja geschnappt mit dem Maul. Hat er diesen Wurm etwa mit dem Arsch geschnappt? Hm? Ist es der berüchtigte Arschschnapper? Wieso hängt der da falsch rum? Wieso? Das macht doch gar keinen Sinn. Und wieso, der hat jetzt einen Fisch gefangen, wieso sitzt der immer noch da? Warum geht er nicht rein? Warum guckt er den Fisch die ganze Zeit so traurig an? Vielleicht bereut er doch, dass er seinen halblichen Schniedel nicht ins Wasser gehalten hat, wenn der Arschschnapper hier gerade umtriebig ist. So, wir erklauen uns jetzt mal den Fisch, den er uns auch gibt und sitzt immer noch da und angelt, während die... Ja, vor allen Dingen, was machen wir mit... Ach, natürlich mit dem Fisch. Natürlich. Irgendwas stinkendes. Was? Wie? Hilft nicht weiter. Müssen wir den noch gären lassen oder wat? Warum kann er den nicht einfach antippen und höflich aufwecken? Warum muss er den was stinkendes und in die Nase halten? Natürlich ist der natürlich sehr geruchsempfindlich, das wissen wir ja noch. Aber warum denn was stinkendes und warum nicht einfach mal fragen? Der ist ja nicht taub. So, Ölkanne, 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 Fackel. So. Mit Öl geht der Rost natürlich direkt runter und wir kriegen eine Fackel, wofür auch immer. Ich hab keine Ahnung. Und hier... Ja, puh. Man muss die Steinfaust öffnen können. Ein Mechanismus. Ich muss ihn nur aktivieren. Ich hab aber gar keine Ahnung womit, ehrlich gesagt. Kann ich mit der Kurbel nicht den Mechanismus aufdrehen? Offenbar nicht. Na gut. Es wäre auch zu leicht gewesen. Kann ich die Katze mit dem Sack einfangen? Ich glaube nicht, dass mir das hier weiterhilft. Kann ich die Katze vielleicht, ähm, vielleicht mit dem Goblin auseinandernehmen? Auch nicht. Soll ich die vielleicht vom Baum lassen? Die arme Katze sitzt im Baum, kommt nicht mehr runter. Hm. Batteriefach. Wir haben immer noch keinen Schraubendreher. Wir haben alles Mögliche, aber nicht das, was wir brauchen. Beim Halbling kommen wir nicht rein. Beim Maulwurf kommen wir auch nicht rein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Ähm. Hier... Ach, da ist der Kompressor noch. Da brauchen wir noch Benzin. Wir haben immer noch kein Dingens. Hm. Ich hol mal meinen Tipp. Der Diamant im Wasser... beim Wasserfall ist nur schwer sichtbar. Finde ihn und nimm ihn mit. Was? Beim Wasserfall? W-w-w-w-w-wes? Welcher Wasserfall? Zur Steinstadt. Zur Altenstadt. Der Diamant im... Ach, da kann ich das Wasser noch anklicken. Das muss man doch mal wissen. Unten Diamant... Ach, da ist der Diamant. Jetzt habe ich einen Diamant. Das freut mich... sehr. Ja, endlich habe ich einen Diamant. Das ist mein größtes Glück. Und eine Fackelhalterung... ... ist... Mein Lieblingsspiel. Ich spiele es wirklich sehr gerne. Ich wünschte, es gebe noch ein fünftes Grim Tales. Das wäre mein größtes Glück im Leben. Und das Schlimmste ist, es gibt ja ein fünftes Grim Tales inzwischen. Das deutlich erwachsener sein soll. Ich bin sehr gespannt. Mit einem Kristall kann man auch Glas zerschneiden. Aber offenbar nicht dieses. Vielleicht mit einem Feuerlöscher geht alles natürlich nicht. So. Klettern ist ja nicht sein Ding. Hier brauchen wir einen Haken. Einen Haken haben wir inzwischen, glaube ich, immer noch nicht. Wir haben ja alles außer das, was wir brauchen. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir haben zwei Münzen. Die können wir mal in die Waschmaschine stecken. Ach, hier fehlt die Stromversorgung. Ja natürlich, natürlich. Ich muss also irgendwie die Stromversorgung wieder gewährleisten. Das geht natürlich nur hier oben oder so. Ah nee, das ist ja gar nicht Stromversorgung. Wieso kann ich da nicht hinklicken? Da ist doch die Stromversorgung oder nicht? Da scheint etwas festzustecken. Warum funktioniert der Transformator nicht? Hier kommt eine Batterie rein. Da kommt offenbar eine Batterie rein. Vielleicht die Stromversorgung für das ganze Krankenhaus. Der Transformator vom kleinen Schuh-Schuh-Zug. Alter. Die Funkstation, da können wir auch noch nichts machen. Denn wir haben alles, was wir nicht brauchen. Hier ist auch nichts. Da müssen wir irgendwas rein tun in die Kommode. Haben aber auch noch nichts. Was ist denn, wenn ich hier mit dem Handschuh mal an die Stromleitung grabbele? Das hilft in der Situation nicht weiter. Schade. Ich hatte mich schon gefreut, dass es auf einmal mit der spannenden Story weiter geht. An der Wand der Krankenhaus-Rezeption hängt eine Vitrine. Der Diamant ist scharf genug. Vitrine? Ach, da hängt jetzt auf einmal... Ah, okay. Ja, 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 ja. Vorher hing da doch was ganz anderes. Ach nein. Und dieses Minispiel überfordert mein Intellekt. So, was kriegen wir? Augentropfen. Flüssiges Ammoniak. Natürlich! Wir erinnern uns doch, wer Ammoniak geliebt hat. Es war natürlich in der Steinstadt unser alter Freund. Der... Naja. Der andere war es eigentlich. Ne, ist der gleiche. Clever Hands make light work. Geschickte Hände. Schnelles Ende. Hat meine Mutti immer gesagt, bevor sie mir ins Gesicht geschlagen hat. Aber diese schmutzige Schürze macht mir nicht gerade Lust auf Arbeit. Du musst sie für mich waschen, denn meine Mutti schlägt mich immer mit der Faust ins Gesicht. Deswegen sehe ich nämlich auch aus wie eine Tomate, die man gegen die Wand geworfen hat. Ja, ach so. Der Schmied weigert sich, eine schmutzige Schürze anzuziehen. Der alte Fashion Styler. Wir müssen Stromversorgung herstellen. Ich weiß aber nicht wie. Wir haben den Schmied geweckt und es hilft uns genau gar nicht weiter. Es ist doch manchmal echt zum Heulen mit diesem Spiel, dass jeder Erfolg, den man hat, nichts bringt. Letzten Endes wirklich gar nichts. Ähm... Ja, so Erfolgserlebnisse misst man so ein bisschen irgendwie immer. Das war bei den anderen Grim Tales Teilen deutlich besser gelöst. Da hatte man immer zwischendurch mehr Erfolgserlebnisse. Hier hat man das Gefühl, man findet alles, man macht alles, aber man kommt keinen Schritt weiter. Das Gefühl hat man permanent bei Grim Tales 4. So, ein Schlüssel wird die Schrauben nicht lösen. Ich muss gleich husten, weil ich so lange aufnehme wieder. Ähm... Tja... Mach mal einen Tipp hier. Der Luchs in der alten Stadt wird dich in Ruhe lassen, wenn du ihn fütterst. Das ist ein Luchs? Ach ja, den kann man ja nicht nur bewusstlos schießen, wie Hitleraffen, sondern... Ja... Das war die schönste, sauberste Animation in meinem Leben. Jetzt können wir in den Baum steigen. Was haben wir denn da? Das Baumloch ist zu dunkel. Ich kann kaum etwas sehen. Die Dunkelheit werd ich nur los, wenn ich Licht mache. Ich sollte was anderes versuchen. Ich hab doch hier Kerzen. Hier, Kerzen. Ich muss irgendwie die Fackel anzünden und das Tolle ist, überall ist Lava, alles ist... Huch, wo komm ich denn da hin? Wo sind wir denn hier? Kohleader! Eine Zange! Das ist eine Kohleader! Hier, komm! Hm! Das hat ja mal funktioniert! Unfassbar! Das reicht aus. Um ein Feuer zu entfachen, wir müssen das natürlich alles noch in einen Sack stecken. Das ist ja klar. So, die Frage ist... Was machen die hier? Was macht der Typ da? Warum hält der die Alte im Vogelkäfig? Alter, das ist... Das macht doch keinen Spaß! Wieso macht man sowas überhaupt? Wer hat denn Bock, hier irgendwo rumzustehen, wo über Lava ist? Und steht da rum und macht die ganze Zeit immer so. Damit die Alte im Vogelkäfig fliegt. Das ist doch voll lahm! Und der lässt uns die ganze Zeit da rumlaufen! Na Oma, was ist los? Wieso brennen deine Haare eigentlich nicht? Die Steinkönigin benötigt meine Hilfe! Wenn ich den dunklen Kristall zerstöre, sollte dies ihr und ihrem Bruder helfen. So, wir... Ich kann es nicht glauben! Seit vielen Jahren, als ich klein war, hatte ich einen Bruder. Aber meine Eltern sagten mir, dass er irgendwo in der Höhe des Hauses sterbe. Ach, ich kann es kaum glauben! Als ich jung war, hatte ich einen Bruder. Aber meine Eltern sagten mir, dass er den tiefen Höhlen tödlich verunglückt sei. Hohoho, das war so traurig! Hohoho! Ich wünschte, ich hätte Tränen, aber mir laufen mein Kiesel aus dem Kopf! Ich verstehe gar nicht, wie er zurückkehren konnte! Und ich erkenne ihn kaum wieder! Er tränt so viel Zorn in sich! So war er früher aber nie! Ich weiß nicht, was ihn so verändert hat! Ich glaube, es war die Pubertät! Hier! Nimm mich! Äh, Sie! Sie birgt ein Geheimnis, welches nur die Königsfamilie kennt! Und ich weiß nicht, was ich meine, wenn ich sage, nimm Sie! Denn ich habe dir etwas gegeben, von dem ich gar nicht weiß, was es ist! Ja, was haben wir denn bekommen? Eine Eidechse, natürlich! Ja, das liegt ja auf der Hand! Und der alte Typ lässt uns mit der Quatschen, der interessiert sich gar nicht vor uns, natürlich! Sieht ja aus wie bei WoW! Der Lava Golem ist der gefährlichste Golem von allen, so wie das Element, dem er zugehörig ist, nämlich dem Golem! So! Okay, wir haben Kohle! Wir können dem Schmied ein Feuerchen entfachen! Immerhin! Wir haben ja selber kein Feuer, übrigens! Die Kohle brennt! Aber ich muss das Feuer anfachen! Aber wie, 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 wie brennt die die Kohle? Und wieso kann ich die Fackel nicht... Okay, wir brauchen noch irgendwie Wind! Kann doch die Schürze verbrennen! Ähm... Hier vielleicht damit! Okay! Wir haben eine Zange! Schneide ein Stück Kabel ab! So, wir schneiden jetzt mal ein Stück Kabel ab! Knipps! In einer super Animation! Äh, wir haben jetzt ein Stück Kabel mit der Fackel! Können wir bestimmt auch den Wagen enteisen! Äh, und das Kabel... Ja, das Kabel... Ja, das Kabel... Wo braucht man das nochmal? Hier müssen wir eine Rolle aufziehen! Wir müssen ja hier irgendwie Stromversorgung und sowas machen! Das Kabel draußen anbringen... Geht das? Wo ist denn das Kabel hin? Ich hab das Kabel gar nicht mitgenommen! Wieso knippst du das Kabel ab, wenn das nicht mitnimmt? W-w-was? Ach, es liegt da... Es liegt da noch! Er nimmt es nicht mit! Er legt es auf den Boden! Wat für'n Penner, ey! Was ist das denn jetzt? So, stell' mal vor! Na egal! So, jetzt, äh, Kabel... Können wir das hier irgendwie... Ich sollte was anderes... Ich wollte das Kabel nämlich hier verbinden und dann zum Steingolem... Aber der sieht ja aus wie Glas! Das bringt uns nix! Was macht denn die Eidechse? Und Glas kann man ja quasi mit Schwingungen... äh, splittern lassen! Ich weiß aber nicht, ob wir irgendwoher Schwingungen kriegen! Äh, Kabel... Was... Die Eidechse... Sie birgt ein altes Familiengeheimnis... Müssen wir damit in die Gruft vielleicht?